Ja Leute, hier ist die Salve. Ja, ich wollte mich bei euch wieder zurückmelden bei YouTube. Und ja, warum? Ja, warum? Das fragen sich die Leute und die Salve fragt sich auch. Alles steht unter dem Zeichen. Warum? Weil ja, also letzte Woche, also heute ist ja Montag und letzte Woche ist mir doch einiges passiert. Das letzte, also bei Live-Leute, das letzte, was mir passiert ist, war gestern, also ich war gestern live. Und ja, ab 200.000, irgendwann 203 oder 216, keine Ahnung, irgendwann bei Likes hat aufgehört, hat aufgehört. Die Likes haben einfach gestoppt, Alter. Ich konnte keine Kommentare lesen. Ein Haufen Leute sind reingekommen, aber ich konnte gar nichts lesen und ich habe gar keine Likes gesehen. Ich habe zwar gedrückt und dann habe ich gesehen, ja, meine Likes gehen, aber die Likes von den Leuten, die gehen nicht. Und ja, habe ich gedacht, Alter, was geht jetzt wieder? Ja, ja, und letzte Woche war ja schon gewesen, dass ich bei Live-Leute blockiert war, einen Tag lang. Und das war Mittwoch, war ich live gewesen und plötzlich war ich blockiert gewesen. Und Uleg, habe ich gedacht, Alter, morgen Dönerstag, die machen dich platt, Alter, was geht, Alter? Ja, Alter, also Leute, ich weiß nicht, was bei Live-Leute im Moment los ist. Ich hoffe, das kriegen die alles wieder in den Griff. Die haben in letzter Zeit, was super schade ist, und Leute von Live-Leute, wenn ihr mich hört, ey, ihr habt den Kollab abgeschafft, macht das doch nicht. Macht den Kollab wieder, dann können die Leute wieder mit zusammen live gehen. Und dann können die ein bisschen reden und das ist voll süß. Oder wenn ihr noch besser machen wollt, macht das, dass vier Leute zum Beispiel gleichzeitig live gehen können. Passt gut auf Bildschirm und so weiter. Ich denke, das müsste auf jeden Fall möglich sein. Und ja, ihr müsst nochmal überdenken, weil das ist voll schön, wenn Leute so zusammen live gehen können. Und ja, auf jeden Fall, was, ja, also mich hat wirklich geschockt letzte Woche, was so alles los war in meinem Live und Leute, ich hoffe, es wird besser, es wird besser. Meine Nachrichtenfunktion bei Musical.ly, die ist immer noch irgendwie außer Rand und Band. Also ich bekomme keine Nachrichten, ich kann keine Nachrichten senden. Boah, Leute, kann das nochmal einer reparieren hier mit Schraubenschlüsseln oder ein bisschen Hammer, oder ein bisschen Schraubendreher oder so, machst du selber seine Nachrichten ganz, Alter. Weil selber, die Leute, die schreiben, die selber, und wie soll selber antworten? Die kann nicht mal antworten. Die bekommen dann auch Fehlermeldungen, ich bekomme Fehlermeldungen, immer rote Ausrufezeichen und so. Oh, leck, Leute, das kann nicht sein, Alter. Das kann nicht sein. Mach doch bitte, bitte wieder ganz, okay? Okay, ja, also, wenn ihr mich hört, ihr Läuveli-Leute da draußen, so. Ja, wer süß von euch. Ja, Leute, ich hab euch lieb und haut rein. Ja, morgen Feiertag, Leute. Ja, haut rein und genießt den Tag der Arbeit. Ohne die Arbeit, okay? Ja, tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.